Bei uns bei BILD wissen Sie jetzt schon mehr, denn wir haben dieses Papier hier. Hier steht es drin, das ist das Papier, das beim Corona-Gipfel morgen Mittag auf den Tisch kommt. Hier steht also drin, was dann am Nachmittag oder wenn es wieder spät wird, am Abend tatsächlich beschlossen wird. Der Corona-Plan für Weihnachten und Sie können jetzt schon hier bei BILD live reingucken. Das ist das Papier, über das der Corona-Gipfel morgen per Videokonferenz entscheiden wird. Hier steht es, Videoschaltkonferenz der Kanzlerin mit den Chefs und Chefinnen der Länder, morgen Mittag fängt das Ganze an. Und was steht also drin? Erstmal wird festgestellt, dass die Lage ernst ist, das kennen wir schon. Und hier wird es dann interessant. Erstmal wird der Olaf Scholz, Bund, Länder, Krisenstab im Bundeskanzleramt, offiziell verabschiedet, offiziell installiert sozusagen. Hier wird also die Corona-Krise in den nächsten Monaten gemanagt. Direkt im Kanzleramt, in diesem Scholz-Krisenstab, geführt von dem neuen Corona-General Breuer. Und da gucken wir weiter runter. Auch das ist hochinteressant. Es geht hier ums Thema Impfen natürlich. Denn wir wissen, je schneller wir boostern, umso schneller kommen wir wieder auch runter mit den hohen Inzidenzwerten und dem Druck auf die Krankenhäuser. Das hier, das ist das Ziel. 30 Millionen Impfungen bis zu Weihnachten. Das ist schon mal eine Hausnummer. Da muss sich die Regierung, da müssen sich die Länder richtig anstrengen, damit das klappt, damit die Impfschlangen endlich wieder verschwinden in Deutschland. Und das Versprechen der Bundesregierung und der Länder ist ganz klar, steht hier drin in diesem neuen Papier, bis Weihnachten soll jeder, der ein Booster-Angebot haben will, dieses auch bekommen. Das also ist das Versprechen. An diesem Versprechen werden sich die Politiker, wird sich Olaf Scholz ab jetzt messen lassen müssen. Es geht weiter mit dem Impfstatus. Auch das ist hochinteressant, wenn Sie geimpft sind, wenn Sie zweimal geimpft sind. Sie werden irgendwann Ihren Impfstatus wieder verlieren. Das steht drin hier in dem Papier. Es steht noch nicht drin, wann das passiert. Aber es gibt eine erste Hausnummer. Man wird wahrscheinlich nach neun Monaten, zumindest in einer Übergangszeit, zunächst nach neun Monaten seinen kompletten Impfstatus dann wieder verlieren. Man muss sich also auffrischen, boostern lassen. Das steht ebenfalls drin in diesem wichtigen Papier. Wir schauen runter. Hier geht es jetzt um die Regeln für Weihnachten. 2G, 2G plus und so weiter. Also 2G plus wird gelten flächendeckend. Bundesweit steht hier, bundesweit 2G, vor allen Dingen in Kinos, Theater, Restaurants plus aktuellen Test. Also 2G plus in all diesen Einrichtungen bundesweit. Und dann gilt 2G natürlich vor allen Dingen im Einzelhandel. Dort wird es inzidenzunabhängig angewandt. Also das hier, das ist das entscheidende Wort. Egal wie hoch die Corona-Zahlen irgendwo sind in den Regionen, überall 2G im Einzelhandel. Also nichts geht in Geschäften für Geimpfte. Auch das steht drin in diesem Papier, das morgen beim Corona-Gipfel auf den Tisch kommt. Außerdem strenge Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte und Einschränkungen bei Großveranstaltungen. All das wird morgen der Corona-Gipfel entscheiden. Zuletzt für alle Schüler und Schülerinnen. In Deutschlands Schulen gilt wieder eine strenge Maskenpflicht am Platz. In allen Klassen am Platz. Also all das ist drin in diesem Corona-Paket. Hier in diesem Papier, in diesem Entwurf. Die Beschlussvorlage für den morgigen Corona-Gipfel. Heute schon bei BILD LIVE. Die Beschlussvorlage für den morgigen Corona-Gipfel.